Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge jetzt zurück zu Cities Skylines. Wir brauchen neue Wohn- und Gewerbegebiete, deswegen bauen wir hier gerade wieder welche. Das ist glaube ich das normale Gebiet, was ich ja letztes Mal ausgewiesen habe. Genau, das ist das normale Gebiet, nicht dieses andere. Ich habe ja natürlich die Fläche noch ein bisschen größer gemacht, also dass wir hier ein bisschen diese selbstversorgenden Gebäude haben, weil die sehen dann schon ein bisschen cool aus. Wenn da sowieso grün auf den Gebäuden ist und, ah, ist schon toll. Muss man einfach sagen, das sieht schon dann klasse aus. So, dann mal hier die ganzen Gebiete wieder an, ne? Kann die Stadt wieder bauen, wie so eine verrückte Stadt eben. So. Ja, ich weiß, einmal dauert immer ein bisschen. Und ich habe wieder nicht nachgeschaut. Ich wollte gerade eben, ich habe gerade, gerade eben, wirklich. Nach der Folge von gerade eben, also ich weiß nicht, welche Folge das war, aber habe ich gesagt, ja, ich werde gleich nachschauen im AMD-Treiber. Ähm, ob ich diese, diese Lags beheben kann, ob da irgendwas eingestellt ist. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht nachgeschaut. Ich habe sofort wieder vergessen, was ich gerade eben gesagt habe. Ähm, und habe die Aufnahme wieder begonnen. So geil. Ich weiß auch nicht, warum. Ich vergesse es halt wirklich schnell. Ich denke da dran und zack. Ist der Gedanke wieder weg. Äh, da ist die Frage, wie wir das jetzt machen sollen. Vielleicht so. Vielleicht hier. Dann würde ich vielleicht zwischendrin auch mal hier. Ne, kann man, kann man ja nicht mehr übermalen. Erstmal weg machen und dann drauf malen. Und dann hier auch nochmal. Bürogebiete. Ja, ich weiß, ob ich hier, zack. So. Aber das ist alles ganz schnell gebaut. Geschwindigkeit drei. Ja, da fangen sie schon an. Okidoki, da haben wir das Gebiet jetzt schon mal wieder ausgewiesen. Können die da wieder schön rumbauen. Plus, wir haben neue Gebäude. Und zwar haben wir ein kleines Baumsetzlingfeld. Da haben wir Screenshots gemacht. Sonst könnte ich mir das nicht merken. So, dann nehmen wir die kleinere. Vierspurige Industriestraße. Aber, wo ist denn das jetzt? Hier. Baumblantage. Okay, Arbeiterunterkünfte. Auch wichtig. Wie viel... Ah, sieht man jetzt gar nicht, gell? Wie viel die jetzt brauchen. Also. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ne, in der Breite. Aber in der Höhe? Hm. Müsste ich so einbauen. Die brauchen... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, glaube ich. Und dann hier bei der Straße, das wäre dann hier, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. So, und dann, glaube ich, noch mal... Zack, zack. So, glaube ich. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Müsste, glaube ich, passen. Jo, passt. Strom. Aber wieder... Sehr gut. Geht das noch mit dem Strom? Ja, passt noch. So, einmal so. Kann mir hier ein paar Arbeiterunterkünfte hinbauen. Natürlich nur so zwei, drei. Dann... Diese Baumsetzling-Teile. Da können wir wieder eine große Straße durchzimmern. So. Ähm... Was haben wir jetzt? Wir haben ein kleines Baumsetzling-Feld. Achso, die haben wir gar nicht gebaut, letztes Mal. Also, die Unterkünfte. Fällt mir gar zu ein. Oder auf. So, da können wir auch wieder Feld. Treibhaus. 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 Okay. Äh, der baut es wieder random. Warte, die brauchen Wasser. Oha. Müssen wir alles voll mit Wasser bauen. Wäre dann vielleicht die Mod doch ganz interessant, dass man so Leitungen nicht mehr bauen muss. So wie Strom, dass halt alles unter der Straße transportiert wird. So, okay, wir haben... Okay. Sägemehl-Lager. Können wir bauen. Sägemühle. Ne, die haben wir schon. Bio-Palette-Fabrik. Die können wir jetzt bauen. Die könnten wir auch mal so hinbauen. Strom passt sogar noch. Okay, Bio-Palette-Fabrik. Dann können wir noch eine Möbelfabrik bauen. Okay, Sägemehl-Lager haben wir auch. Das können wir auch mal direkt hinbauen. Mist. Eins verruckt. Ach so. Ja gut, lassen wir so. Egal. So, Sägemehl-Lager. Und dann... Möbelfabrik. Ah, das ist wahrscheinlich dann dieses einzigartige Gebäude wieder, oder? Hier. Genau, Möbelfabrik. Könnte man das Ding ja auch wieder... Hier zu den anderen hinbauen. Eine Spielzeugfabrik. Könnte man auch hinbauen. Was ist das? Elektro. Erdöl-Raffinerie. Sneakerfabrik. Wir haben dieses... Dieses gelbe noch nicht. Die... Was auch immer. Das ist Harz oder so. Eine Schiffswerft. Müssen wir auch wieder Wasser bauen. Ja. So, jetzt brauchen die. Okay, nicht genügend Rohstoffe. Da können wir ja nachhelfen, indem wir einfach wieder... So, neue Plantagen bauen. Gefälle zu steil. Nix ist hier zu steil. Für mich gibt es kein steil oder zu flach. Es wird gebaut. Oder auch nicht. Okay. Das machen wir 48.000, dann kann ich den Screenshot auch wieder löschen. Plopp, plopp, löschen. Okay, dokey. So, jetzt haben wir 48.000 plus. War gerade dort. Im Monat machen wir jetzt knapp... Jo, passt. Geschwindigkeit 2. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das hier wird auch so ein bisschen... So langsam zum Verhängnis. Ja. Upgraden wir die Straße hier mal auf eine Zweis... So, zweispurige. Das Tool ist schon cool. So. Bauen wir es da wieder hin. Oh. War das schon immer so komisch. Ja, gut. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ich... Ich... Dann baue das nochmal ganz kurz neu. So. Das Snappy hier aber machen wir aus. So, jetzt sieht es wieder einigermaßen in Ordnung aus. Na ja. Was man unter einigermaßen in Ordnung versteht. Ah, die bringen Wasser. Irgendwo brennt es wieder. Ja, oder wir schauen einfach mal, dass wir... Storzi ist halt da. Was ist denn mit da? Druckerei, mittlere Baumplantage, großer Holzplatz. Okay. Druckerei. Mittlere Baumplantage. Druckplatz. Großer Holzplatz. Ja, ich glaube, das war es. Dann bauen wir das hier. So, die mittleren Baumplantagen. So, können wir da auch hier hin bauen. Ähm. Kriegen wir da sogar noch welche hin? Ja, vielleicht noch eine. Vielleicht noch eine einzige Reihe. Dann nehme ich aber nochmal die großen Straßen. Machen wir das wieder an. Oh, oh, wow, wow. Das passt sogar perfekt da hin. Okay, was haben wir noch Neues? Ich glaube, das hier haben wir einen großen Holzplatz. Dann bauen wir jetzt wieder neue Straßen hin. Ob wir es hier aktuell übertreiben? Ja. Auf jeden Fall. Und ob es Spaß macht, dass wir übertreiben? Ja, auf jeden Fall. So, wir hatten doch noch was anderes. Wir hatten noch was anderes. Haben wir eine Bio-Pellet-Fabrik? Haben wir. Eine Sägemühle müssten wir auch haben. Was war denn dann das andere? War das schon wieder so ein einzigartiges Gebäude hier? Oder doch bestimmt. Druckerei. Ja, schau hier. Tuberwaren-Fabrik. Ah, was brauchen die denn? Benötigt zur Herstellung Erdöl und Plastik-Spezialgüter. Erdöl und Plastik-Spezialgüter. Können wir doch eigentlich nur von dem hier machen. Ja, keine Ahnung. Hier ist aber echt viel los. Wird das Ding hier eigentlich noch benutzt? Oder auch nicht mehr? Weißt du, hier kommt einfach auch gar nicht mehr so durch. Achso, nicht genügend Käufer für Produkte. Oh, was war was? Ah, ich glaube, die haben ein Spiel verloren. Für die Tüfe kann man mal wieder leeren. Jep. Ja, hier. Leider ein Spiel verloren. Aber nun gut. Ist halt so. Ich weiß es aber auch gar nicht, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt ja hier diese Richtlinien, dass man ja verschiedene Sachen machen kann. Dass ich die, dass man jetzt eine Ölindustrie bauen kann. Verwandeln sie die unterirdischen Ölverkommen durch die Spezialisierung auf Ölindustrie im beträchtlichen Wohlstand. Ja, ist halt die Sache. Weil, wenn wir das machen, dann haben wir ja auch nochmal dadurch ja Ölindustrie. Aber wir haben ja durch diese, durch dieses DLC ja sowieso hier die Ölindustrie in der Stadt. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher, ähm, wie sich das so verhält. Ich glaube, da kannibalisieren wir uns. Heißt nicht, dass die Ölindustrie dann die Ölvorkommen braucht von, von dem Ölindustriegebiet, was wir hier gebaut haben. Sondern selber Öl irgendwie herstellt, Ölgüter herstellt. Und deswegen, ja, so kann ich mir das vielleicht dann vorstellen. Dass sie das Zeug dann irgendwie kannibalisiert. Gegenseitig. So, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Feuerwehr. Okay. Hier mache ich wieder ein Screenshot. Also, a build. Ich kann mir die Sachen halt wirklich nicht merken. Ist halt immer so viel auf einmal. So, was ist es? Zuerst Holz-Werkstoff-Fabrik. Das ist doch wieder sowas hier. Oder? Papierfabrik, Autofabrik. Nee, ist es gar nicht. Hm. Okay, einmal das Instandhaltungsgebäude bauen wir hierher. Dann haben wir große Baum-Plantagen-Dinger, die wir hier platzieren. Ja gut. Müssen wir die halt dann hier platzieren. So. Plöp, plöp, plöp. Gleich wird uns bestimmt noch der Strom ausgehen. Holz-Werkstoff-Fabrik. Genau, das hier ist es. Wie können wir dann da wieder reinbauen? Dann haben wir Holz-Späne-Lager. Das haben wir, glaube ich, auch bisher noch nicht gebaut. Oh Gott. So. Äh, was haben wir denn noch? Ich glaube, das war's. Wir hätten aber noch eine Papierfabrik. Ich glaube, die müsste auch jetzt hier sein. Ja, hier. Boah, die ist... Die werden irgendwie immer größer. So. Einmal eine Papierfabrik. Erdöl. Das haben wir doch auch, oder? Das müssen wir doch eigentlich auch haben, Erdöl. Weil dann könnte man doch eigentlich auch... ...die anderen Sachen bauen. Naja. Das ist halt nur zu viel Stau überall. Okay, gleich haben wir die Stufe komplett ausgebaut. Das können wir schon wieder löschen. Oh, 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 oh. Das hier will ich ja mal gar nicht sehen. Überall Ampeln. Wir könnten eigentlich auch mal die Geschwindigkeitsbegrenzung einfach hochstellen. Können die da schon rumblasen mit 300. Das ist natürlich jetzt die Frage... Ist natürlich jetzt die Frage... Wie ist das jetzt? Also klar, das ist halt jetzt ein bisschen schummeln, sag ich mal. Vor allem an den Kreuzungen, wo es halt wirklich Stau gibt. Aber ich will halt hier keinen Stau haben. Deswegen könnt ihr da einfach hier schön mit 160 entlangfahren. Oder 140. Vielleicht können wir so halt ein bisschen... Das ist halt jetzt... Also das, was ich jetzt mache, ist halt wirklich cheaten. Also ganz ehrlich, für die Leute, die jetzt nicht mehr zuschauen möchten, weil ich hier die ganzen Straßen bearbeite, dass sie 140 fahren können, dann tut's mir leid. Aber... Ja. Ich will halt hier keinen Stau haben. Und das ganze Gebiet umzubauen, habe ich halt auch keine Lust drauf. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Dass hier dann alles so staulfrei wird. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist einfach nur mal eine kleine Spielerei. Oh, das sind halt wirklich überall. So, wie sieht's aus an den Kreuzungen? Also gefühlt sind da noch Ampeln. Die warten hier. Die wollen halt alle nach links fahren. Naja, wird schon irgendwie gehen. Müllberge ist aber gleich auch auf der höchsten Stufe, glaube ich. Die Müllautos, die kommen auch gar nicht hinterher. Kommen die überhaupt hierher? Müssten wir mal eins hier in das Gebiet hier bauen. Ja, wir haben keine Ahnung. Ist, glaube ich, schon so okay. Also die meckern zumindest teilweise nicht drum, dass sie keine Lieferungen haben. Tierprodukte, ja, da kommen die halt von der anderen Stadt her. Mehl und so weiter, ja. Müssen sie halt auch erstmal von dem Gebiet hier alles hierher liefern. Jetzt haben wir hier wieder eine Sterbewelle. Sind wahrscheinlich wieder die Rentner, die gerade... ...nicht mehr so gesund sind. Sag ich mal. Also denke ich mal. Oder die ganzen Arbeiter. Könnten sie auch sein. Ist aber schon ein großes Industriegebiet, gell? Da ist auch echt viel los. Ich weiß halt echt nicht, ob es mit Ampeln besser ist. Wie sieht es eigentlich da vorne aus? Ja, geht. Ah, ich würde vielleicht trotzdem nochmal... ...hier drauf. Und die da drauf. So, dass die gezwungen sind, da langzufahren. Ach klar, ja, dann wechseln sie halt hier. Ja, gut. Doch nicht so toll. Wie kann man das nochmal wegmachen? Ach so. Ja gut. Dann lass mal so. Ah, ist glaube ich sogar so viel besser, weil sie hier direkt schön sich einfädeln. Ja, ich glaube, das ist hier sogar besser. Hier ist natürlich ein Problem, weil sie auf die Spur möchten. Aber klar, da kommt der Gegenverkehr. Da könnten wir ja echt die Straße auch wieder aufteilen. Das habe ich auch noch nie probiert. Also, dass wir... Oh, das mache ich aber in der nächsten Folge. Das mache ich in der nächsten Folge. Cliffhanger! Gut, und danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss!